Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem kleinen Video. Und zwar spielen wir jetzt dieses Level hier. Und ähm... Ja, ich hab das schon mal ein bisschen gespielt, hab's aber nicht geschafft und jetzt ähm... Ja, mal schauen. Es ist ziemlich cool, das Level. Es ist schwer. Also es ist sehr, sehr schwer. Äh, kann man... Ja. Man kann sagen, es ist schon so Kaizo-artig. Und äh... Ja, es bringt halt auch Spaß. Also... Die Herausforderung bringt trotzdem Spaß, auch wenn es so schwer ist. Das hab ich jetzt nicht verstanden. Eigentlich hab ich da... Hoch springen gedrückt. Also ich werd's jetzt ein paar Mal probieren. Und dann irgendwann... Schneiden. Bis ich's halt... Äh... Geschafft habe. Und das ist jetzt blöd gelaufen. Schon allein der Anfang hier ist ziemlich cool. Hier kann man auch rüber springen. Das hab ich jetzt irgendwie nicht gemacht. Keine Ahnung warum. Äh... Der Anfang ist schon ziemlich nice. Mit den Bob-Oms, die da hochgehen. Soll hier nicht zu tief sein. Zu schnell sein. Und dann... Und dann... Diese Stelle, ey. Hier werd ich auch noch ein paar Mal sterben, denke ich. Hier sollte das eigentlich gehen. Der Panzer ist ein bisschen fies. Ich will mich natürlich auch ein bisschen konzentrieren und muss mich auch ein bisschen konzentrieren. Oh mein Gott. Wir springen... Lassen die nochmal springen. Ähm... So, jetzt können wir hier rüber. Und jetzt... Na. Huh. So. Oh ja. Hier genau. Hier ist schon Ende. Bloß... Nein. Ach, das ist so fies. Guckt euch dieses Ende an. Zu früh. Ich muss halt... In der Sekunde, wo... Das, äh... Ja, wo dieses weiße Teil von... Ach Mist. Ich bin, glaube ich, zu langsam. Ja, egal. Wo das weiße Teil... Genau da ist, wo die leere Stelle ist. Da muss man... Hinspringen. Also genau in der... Richtigen Sekunde. Millisekunde wahrscheinlich. Keine Ahnung. Es hat... Sehr lange gedauert. Bis ich das so... Konnte, wie ich es jetzt gerade spiele. Also es waren nicht nur ein paar Versuche hier vor. Sondern halt schon richtig viele. Hier muss man jetzt aufpassen. Darf nicht springen. Und hier weiß ich das Timing halt nicht. Ihr habt's geschafft. Yes, Leute. Ich hab's geschafft. Mit... Ich bin Erster. Hab'n Rekord. Hab' alles. Ich find' das Level... Ist so nice. Ich weiß nicht. Feier ich das als Einziger so, oder? Das kommentiere ich auf jeden Fall erst mal. Erst mal kommentieren. Schreibe ich das so? Ja, passt schon. Nein, doch nicht. Ich... Ich glaub' ich... Nein, nein, nein. Gut, ich bin fertig. Der... Der macht das hier noch gerade. Wird das gleich oben angezeigt, oder? Ja, ja. Wurde erfolgreich gesendet. Man kann's... Ah, da. Ha. Sick, man. Fantastic Level. I want more. Will ich echt. Wir können ja mal durchgucken, was der... Was der noch so hat. Äh, wartet mal. Wie schnell war ich? Ich hab' auf jeden Fall... 46 Sekunden. Cool. Ich hab' keine Ahnung von Mario Maker, aber das war richtig. Wer weiß, ob die anderen auch so sind. Das sind nur drei, okay. Abschlussrate gucken wir uns mal an. Na, 17 ist schon viel mehr. 96. Ah, komm. Dies... Dies machen wir hier noch. Ich mein... Oh Gott, hab' ich mich erschrocken. Ich wollte noch einen Stern haben. Unbedingt, ja. Ich wollte noch unbedingt einen Stern. Ja, gut. Das ist jetzt... Ist das jetzt gutes Level? Eigentlich eher nicht. Eigentlich eher nicht. Okay. Ist das ein Stern wert? Na komm, wir geben ihm einen Stern. Weil du ein cooles Level gemacht hast eben. Das war cool. Finde ich... Finde ich... Finde ich super. Äh, dann machen wir das auch noch, oder? Ja, 27 Sekunden hat die gebraucht. Kann ja nicht denn lange sein. Und dann kann ich das auch... Ja, das war jetzt... Wow. Dann kann ich das, glaub' ich, auch als ganzen Partner eben einfach... Mach' mal ein bisschen langsam hier. Ich muss ja nicht... Durchrushen, oder? Naja, die Münze hol' ich mir. Ganz sicherlich. Äh. Was gibt's hier Schönes? Will ich die anderen... Nein, wollte ich nicht. Ich glaube, das war's schon. Oh, ne Ranke. Ja, wir wollen da rein. Wow. Es bringt einen zum Ende. Wo vielleicht was steht, oder auch nicht. Vielleicht... Heißt es was? Eventuell. Na, von mir aus. Von mir raus. Okay, ich hab' mir noch was überlegt. Geh' mal jetzt zurück. Danke. Machen wir... Machen wir Sternenrangliste, oder machen wir das andere hier? Eventlevel. Die ist schon wieder die alte, Alter. Nee. Keywalk. Ah, Mann ey, was sind das für Missgeburten. Haben wir das nicht gemacht? Irgendeines hatten wir gemacht. Dann machen wir Eventlevel. Die hab' ich... gesehen. Und hier bei dem... Ich... Ich... Äh... Wadum, ja. Ich hab'... Hab' nicht... Ich hab' überhaupt nicht nachgedacht und so. Hm... Was ist Arino-Maker? Lad' mal schneller. Hallo. Ist das jetzt euer Ernst, Mann? Was ist das? Weil... Ich... Ich glaub' ich will doch keins machen. Die ist ja nur Crap. Das ist so beliebt. Dann gucken wir mal noch bei neuen kurz. Mann, Mann, Mann ey. Ich wollte eigentlich noch eins machen. Don't stop, just run. Schnauze. Aufschlussrate von 60. So eine Abschlüsserate von... Ne... Von 0, yo. Das hat aber noch keiner gespielt. Mario of Doom. Hat aber auch noch keiner gespielt. Ach, komm schon. Guckt euch diese Scheiße an. Hab' ich noch hier was? Hab' ich... Hallo, hab' ich da was? Ne, ne? Nö. Dann machen wir hier irgendwas. Mann, machen wir halt das hier. Das ist halt sogar nur... Recht schlechte Abschlussrate. Warum auch immer? Will ich? Na, los. Gucken wir uns das mal an. Was das für ein Crap ist. Mhm. Uninteressant irgendwie. Oh nein, ich hab' ihn verloren. Oh nein. Ich hab' ihn schon wieder verloren. Oh nein, schon wieder. Und ich krieg' immer wieder einen Neuen. Oh, da hab' ich ihn wieder. Pass auf, gleich verliere ich ihn. Kann nicht mehr lange dauern. Da, da ist er weg. Da hab' ich schon wieder einen Neuen. Wow. Wie krass das Level ist. Na, einmal verliere ich ihn bestimmt noch. Oder? Na, einmal noch. Auf jeden Fall. Der, da ist er weg. Krasses Level. Ich glaub' wir haben achtmal den... ...den Helm verloren. Und den... ...achtmal wieder bekommen. Und, äh... ...dass all Crap passiert drumrum. Was? In sieben Sekunden? Nein, jetzt bin ich darauf gekommen. Was ist das? Was ist das? Nee. Will ich das machen? Mhm. Wow. Wow. Haha, super Level. Man muss nix machen. Wow. Wow. Da hat sich der kleine Timmy mal wieder was ganz krasses ausgedacht. Leck mich, Alter. Das kriegt dann sicherlich keinen Stern. Okay. Ich spiel' jetzt mal wieder was ordentliches. Heißt, kein Mario Maker. Aus damit. Und, ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe ich hat der kleine Party gefallen. Und wir sehen's dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. Und, ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Und, ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen Dank.